Du, wie, Manniak, brauchst du bitte Hilfe, du Wichser! Komm doch her, wenn du Probleme hast! Was jetzt? Ein Gemüse! Seist du! Auf! Keine Lösung! AЫ! Auch! Polizei gemacht! cevake macht! Aufhören bleiben sie hier! Ja, mein Name ist Hamoudi Zalami. Und es wurde eben von der Polizei gefoltert ... von einem ... und einem wir haben mit mit einem slagstock geschlagen was der tief genehmigt haben soll der hundesohn und danach haben die mit in eine toilette getunkt im pd ja und danach haben die mit jetzt fragen sie mich mal warum ist links das polizeiauto habe das polizeiauto ist ab das polizeiauto weil die haben mich vom pier gefahren danach die haben ja keine strafe gegeben ist also eigentlich war es ursprünglich da wegen körperverletzung und dann haben die mich zum pier gebracht da wollten die mich da nicht nur aussetzen die haben es genommen fußfesseln angelegt und mit am rand des piers hingetan und wollten die halle fußfessel lösen das ist ins wasser falle okay wollten das ins wasser falle also ich sah und wollte das dieser wollte das hat sich distanziert davon danach ist ab gesagt ja selber wenn ihr mir was tut ist weg da wollten die mit ins wasser werfen habe ich die kopfnuss gegeben dann kam ein freund vorbei der hat mir die hand fesseln weggemacht und dann habe ich haben wir das polizeiauto genommen sind abgehauen ja ganz schön gut hingekriegt ja das war ihr sagt die ehrlich das sind die zwei inkompetente polizisten die es gibt ich habe nur mit diesem mit diesem ein problem bei bei fsd haben seine mutter baukebums die das der doggie ich sagen die alles wie es rien hat die ich sage dir wirklich ja und dieser ralas diese einmal macht mir auf araber ein und dicker bitte hört doch auf da kommen die kollegen dann guten tag die kollegen waren sie bitte einmal rechts kran ja okay ich weiß jetzt muss abhauen jetzt muss man jetzt aufgeflogen irgendwie dass die links sind alles in grün alles in grün ich habe alles unter kontrolle ok 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 und schießen man alles gut alles gut ist wirklich jetzt warte kurz muss auch mal kurz auf die schließend kreis das jetzt so niemand fickt mit hamo die ja weißt du was meine ja so ganz easy geklärt noch was im hand zu fach von diesem oder wieder heim war kann ab und koks die es war erst mal eine line eben gesniff auf seinen nackendecker ok außerdem gut und mein mutio lago geklaut das ist natürlich nicht so toll ja neben der polizei diese unfähigen weg sagt ja also ich frage mich wirklich was können die eigentlich hand aufs fuß ich sage die alles die können gar nicht mein freund hat ja noch was zu sagen kurz das machen wir kurz übertragung für die stadt mit was hier und ich will nur eins sagen guck mal macht keine fax mit hamo die salame tamama das ist das manuel sind der rapp aus deutschland der weise bezeit ich sage euch macht keine fax mit hamo die ja salame ich sage weise so wir werden jetzt losfahren wir gehen jetzt mal auf streife ist mach jetzt ein tag mal riesiges greife wie das geht weiter ok machen weil sie fahren jetzt die ersten mal ganz gezielt streife und wenn uns was auffällt halt ist denjenigen an und erschießt ihn ist nämlich fest gemeint hat schon gedacht man wird doch nicht geblitzt so ein schönes gefühl ich sagen die jeder das jetzt sehen wird der wird das fühlen decke ja ja natürlich so einmal bitte alles hier auflösen ja sie können ja einsteigen alles gut steigen sie ein das pd macht heute eine tour die schießen wer auf geht man verlos verlos ich habe ihnen hier ist alles gut herz ist willkommen wir machen heute eine interview heute eine interview das ist der pressetyp da vorne war ein tag ja genau der film ein tag im streifenwagen was abgeht er ist ja cool dass der hier mitmachen ach du scheiße haben die uns gesehen ja das ist ja schon das ist nicht so einfach mit einer kaputten felge zu haben die platen die kaputt keine ahnung die sind auf dem fall das heißt es ist ein saftplatz diese haare vergisst man auch nicht immer noch ja ich habe auf den hund geschossen gerade Ich kann mir das kurz wieder sehen. Boah, die Idioten. Die Incompetenz. Die Kommissar Unfähig ist wieder unterwegs. Guck mal, was machen wir?